Oh, der sieht ja nicht so schlecht aus, der Umhang. Gar nicht so schlecht. Jage einen Feind, Angst sein, das sollten wir schaffen. Fünf Stück sollen wir davon machen. Ich denke, das kriegen wir hin. Aber cool, wir können jetzt, müssen wir gleich mal gucken, die Fähigkeit, ähm, wo war denn das? Start, ne? So, Fähigkeit, Charakter und dann, was mit Drachen, ne? Das ist die hier, ne? Ne, das Hauptmann beherrschen. Herzblut, halte gedrückt, um alle umstehenden Volksleute mittels einer eigenen Gesundheit zu heilen. Ach so? Ja, aber warum sollte ich meine eigenen, mittels deiner eigenen Gesundheit? Wirkt bei verblutenden Gefolgsleuten aber nicht, das ist doch blöd. Halte gedrückt, um die Köpfe von umstehenden Gefolgsleuten explodieren zu lassen, was feine Panische und Flucht vertreibt. Okay, das ist auch unsinnig. Schattenspringer, da können wir ja eine Verbesserung. Drücke A, um über einen Uruk zu springen und ihn zu betäumen. Das ist nicht schlecht, ne? Verbesser ausweichen. Drücke um ihm 0, nichts an Feinden vorbeizu... Auch nicht schlecht. Verbesserung Adlerholz. Ach ne, ich fand das erst eigentlich schon ganz gut, damit die dann betäubt sind, möchte ich meinen. So, und hier haben wir das mit dem Drachen. Eisenschuppen. Dein Drache erleidet bei Angriffen deutlich weniger schon. Das ist gut. So, also wie viel Fähigkeiten man da kriegt, ist der Oberhammer. So. Wie können wir jetzt den Drachen denn herbeirufen? Wie können wir denn... Oder müssen wir die Fähigkeit doch erst noch frei bekommen? Was ist das? Das ist hier Kampf, ne? Vergeltung. Todesdrohung, das hatten wir ja schon. Ähm... Reiter, das ist doch das hier, ne? Oder ist das? Ach, hier ist es. Drachen, du kannst Drachen herbeirufen. Ah. Rufen wir doch mal einen Drachen. Wo ist er denn? Äh, konnten wir nicht... Da, Schatten aufsetzen. Zack. Alter, wie cool ist das denn? Wir können eng den mit dem Drachen. Saurons Reich ist jetzt viel kleiner. Ist das genial. Hier, du kriegst nen Feuerball. Wie cool ist das denn, Alter? Das ist mal sowas von genial. Dann können wir hier einfach runter... Wie gefällt dir das? Nicht so sonderlich. Nicht gut genug für mich. Du kommst nicht. Ach, nun kommt schon. Ach, den können wir ja nicht betäuben. Okay, den können wir nicht übernehmen. Doch, jetzt ist er noch halbe Woche. Nun, nimm doch! Du rufst hier keine Verstärkung. So. Du bist unser, mein Freund. Schließ dich der Erne des hellen Herrschers. Cool, Alter. Wir haben einen Drachen. Das ist so geil, ja? Mit dem Drachen. Häuptling ausspionieren. Dann können wir die Burke auch noch übernehmen irgendwann, wenn wir so weit sind. Aber richtig cool. Mit dem Drachen ist das schon mega genial. Da. So, dann kann er erstmal wieder davon. Fliegt davon, mein Freund. Richtig coole Sache. Mit dem Drachen ist das mega cool. Das gefällt mir richtig. So, okay. Weitere Mission. Oh, das ist wahrscheinlich die letzte Mission. Minas Morgul. Da werden wir dann auch gleich hin. Das wird die letzte Mission. Dann müssten wir da auch 100% haben. Sehr cool. So, da sind wir. Armee der Toten. 3000 Fuß. Ne. So weit laufen wir nicht. Wir könnten ja unseren Drachen holen, aber... Ne, ne. Das machen wir nicht. Wir müssen hier hinten hin. Wir haben nur diesen Turm als Anhaltspunkt. Die anderen Türme haben wir noch nicht übernommen. Oder ich vielmehr. Ihr, ja. Ihr da draußen dürft ja leider erstmal nur zugucken. Ist halt manchmal immer blöd. Aber viele natürlich spinet da draußen auch. Also von daher. Kann man verschmerzen. Achso, siehste. Warum haben wir eigentlich nicht mehr die Verfolgung? Wir müssen doch noch... Ne, da war es nicht. Wir müssen doch noch in Angst und Schrecken. Ach, ist schon fertig. Aber wahrscheinlich mit dem Drachen, ne. Aber wer weiß, wie... Wie viele deiner Gefolgsmanalien sind. Zorg der Ewige. Erhöhte Wirkungsdauer von Flüschen bei Feinden. Also Gift und sowas, ne. Zum Beispiel hier verringert die Dauer von Gift um 81%. Also wenn wir vergiftet sind, 81% weniger Dauer. Nicht schlecht, muss man sagen. Der Blöde ist natürlich immer, sobald man verflucht ist, also... Ähm, das Auge da von Sauron an sich dran hat. Dann verliert man nämlich seine ganze Elmwut. Das ist echt ärgerlich. Besonders wenn man die voll hat, ne. Aber egal, wir gehen jetzt erstmal zu der Mission. So, hier ist er. Auftrag Armee der Toten. Ja, wie gesagt, das ist die letzte Mission. Sog, der ist ja eigentlich tot. Aber er hat natürlich noch Anhänger, die wir bekämpfen müssen oder töten müssen. Jetzt wollen sie... Ach, die wollen alle wiederbeleben. Die mit die Blauen haben, äh, legendäre Rüstung. Das ist ganz cool, das ist nämlich Sog. Ist das Sog? Ja, tatsache, das ist wirklich Sog. Durch eure Macht wurde ich neu geboren, Brüder. Zieht euch um. Dahin sind noch mehr. Sorgs, die diese Stadt stürmten. Dies ist unsere Armee. Nicht Saurons oder die des Hexenkönigs. Die Herrschaft dieser Sklaventreiber ist beendet. Denn wir... Erhebel uns! Sog's Akolyten waren nicht untätig. Ein Nekromant ist niemals wirklich tot. Na, hat er ja gesagt. Einer Wimmel des vertoten Urocks. Opfer der Belagerung. Eine angehende Armee. Übung der Legende. Legendäre Rüstung. Ein Nekromant. Ein Nekromant. Ein Nekromant. Ein Nekromant. Ein Nekromant. Aus capturen Buch. In Wert recentranspartrike-Langefinist Shot 1933 Es war kein Einer in der probeächischen Anregublik thirstổi. Halt einen Nenekromant. Ein Nekromant. Anreg�age. Anreg chocolate spray litigation Gendes Barsch digamos. Die AbbV Ringszen vom 3-Codeidoüber. Nagator denselundwuchter. Okay. Ne Handering. mehr reden. Okay, er hat uns erwischt. Okay, na ja, wir hatten keinen, wir hätten mal die Zeit verstreichen lassen sollen, weil wir hatten nämlich keinen, ähm, wir hatten keinen, na hier, na, letzter Widerstand oder so. Weiß jetzt nicht genau, wie es heißt. Aber das hatten wir nicht mehr. Wir haben ja alle schon verbraucht. Auf alle Fälle sehr schwer, die Mission, weil da sind extrem viel krasse Typen vorbei. Da müssen wir echt wirklich ein bisschen aufpassen jetzt. Da müssen wir uns was anderes überlegen. Gehen wir erstmal zu diesem Typ. Aber gut, der Arsch, der Mist. Okay. Der sagt nichts. Okay. Er soll wahrscheinlich irgendwas sagen, aber er sagt nichts. Okay. Bist du fertig? Hallo? Äh, wahrscheinlich hängen geblieben. Okay. 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 wir müssen auf allen Fälle das Ding reinigen. Ok, wir müssen ihn erstmal töten und dann... Ok, den ersten haben wir. Hey, was machst du denn hier? Ach, der ist so ein Böser. Ah, ok. Der Überlebende, Uruk, der Überlebende. Komm schon jetzt hier. Ok, der ist schon mal tot, den haben wir auch. Ach komm schon, diskutier nicht lange mit mir. Aber coole Rüstungen, die haben schon coole Rüstungen immer an. Oh, Renny hauen. So, tschüss. Jetzt schnell den Totem, sonst kommen die wieder. So, da haben wir den auch schon mal. Halleluja Leute, da drüben ist noch einer. Den werden wir uns auch jetzt noch holen, den da drüben. Dann haben wir die auch schon mal fertig. Oh, den hatten wir auch schon mal. Aber die sehen manchmal ein bisschen gleich aus, ne? Sehr blöd eigentlich, dass sie... Dass sie so viele Ähnlichkeiten gibt. Ach man, scheiße. Der hat uns voll erwischt. Dachte, das hätte ich gemacht. Die sind immer die Schlimmsten, ne? Boah, komm schon. In the blood I will stand. Let the wailing light a man. Cast my shadow on the fires of war. Untertitelung des ZDF, 2020